Willkommen beim Film- und Videoclub Steiermark. Unsere Leidenschaft ist Film und Video. Wir machen unser Filmerlebnis selbst, von der Aufnahme über den Schnitt bis zur Präsentation. Unsere Clubabende finden zweimal im Monat statt. Filmneulinge und erfahrene Autoren sitzen in entspannter Atmosphäre zusammen und pflegen den gegenseitigen Wissens- und Gedankenaustausch. Unter dem Motto, Filme sehen lernen, betrachten und besprechen wir Werke unterschiedlichster Genres. Von Familien- und Reisefilmen bis zu Spiel- und Experimentalfilmen. Alles hat bei uns seinen Platz. Und wer möchte, hat im Rahmen unseres Clubs die Gelegenheit, seine Arbeiten zu präsentieren. Wie lautet jetzt der Zauberstuhl? Wir stehen nie still. In regelmäßigen klubinternen Seminaren und Fachvorträgen mit Experten erweitern wir ständig unser filmisches Know-how. Gemeinsame Filmprojekte fördern unseren Teamgeist und das gegenseitige Lernen und machen so ganz nebenbei noch großen Spaß. Jeder kann mitarbeiten und dabei die Rolle einnehmen, die seinen Fähigkeiten und Vorlieben am besten entspricht. Bei klubinternen, aber auch nationalen und internationalen Wettbewerben messen und diskutieren wir unsere Werke. Dabei treffen wir uns mit Gleichgesinnten und lassen uns von Beiträgen anderer Filmbegeisterter inspirieren. Drei, drei, ergibt mehrheitlich drei. Wir laden alle Freunde der Amateurfilmerei zu einem Besuch bei uns im Club sehr herzlich ein. Schauen Sie einfach einmal vorbei und teilen Sie mit uns die Begeisterung für Ihr Hobby.